Nicht 007, sondern 117. Willkommen zur 117. Folge Eskalation über die Reparation. Am 15.04.1921 und am 15.04.2023 berichten Luis und Steffen eine neue Folge vor 100. Die Folge beginnt mit einem Hausmeister-Teil, wie immer begrenzt auf zwei Minuten durch unsere neue vor 100 Eier Uhr, denn wir reden sehr gerne über ein Thema, was uns selber sehr am Herzen liegt, nämlich dieses Format und unsere Personen und daher begrenzen wir uns auf zwei Minuten, dass wir schnell zum eigentlichen Teil dieser Sendung kommen, nämlich Den Themen von vor 100 Jahren Und abschließend sozusagen als Nachkommen kommt der schlankeste, aber gleichzeitig kräftigste Elch einer jeden Herde aus dem Dickich spaziert und macht den Eindruck, dass er auf jeden Fall angesprochen werden möchte und berücksichtigt werden möchte. Auch er hat was zu sagen. Genau, du hast ein Tagebuch von Harry Graf Kessler ausgegraben und erzählst über Harry Graf Kessler, was er vor 100 Jahren gemacht hat. Er war beim Internationalen Arbeitsamt in Genf, dazu später mehr. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Hausmeister-Team. Ich stelle die vor 100 Eier Uhr auch zwei Minuten und der erste Dank geht an Ulrike, weil jetzt kommt ein Abschnitt, auf den ich nicht stolz bin. Und sie hat mir erklärt, die man einer Eier Uhr bedient. Und ja, es war notwendig, denn eine Eier Uhr hat eine Feder und man muss sie daher über die 10-Minuten-Grenze aufziehen, dann zurück auf die zwei Minuten gehen. Jetzt tickt sie gerade friedlich vor sich hin, sieht aus wie ein Hühnchen und dann halt die 10 Minuten zu aktivieren. Ich wusste das nicht. Danke Ulrike. Ich bin nicht stolz drauf. Jedoch, wenn man Rat braucht und guten Rat bekommt, nehme ich ihn sehr, sehr gerne an und vielen, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich das auch schon mal geraten habe, Luis, und du den Rat nicht angenommen hast. Aber gut. Manchmal muss es auch Kontakt von außen sein. Vielen Dank, Ulrike, dass du es Luis nochmal erklärt hast. Ich glaube, Ulrike hat es auch besser erklärt als ich. Es war sehr ausführlich. Das macht alles die Sache nicht besser. Wir können gerne das Thema wechseln. Ich bin nicht stolz. Kommen wir zum anderen Thema Feedback. Wir haben einen Kommentar bekommen von einem Herrn P. aus H. Und ja, er hat über das Remarkable einen Kommentar gelassen. Und Luis, ja, du könntest doch mal das Remarkable zum Chinesisch lernen ausprobieren. Habe ich drüber nachgedacht. Da ist was Wahres dran. Ich meiner Sicht bräuchte man, dass das wirklich sinnhaft wäre, eine App. Weil ich habe aus dem gleichen Grund, bin ich stolzer Besitzer eines Whiteboards in meinem Wohnzimmer und ich verwende es für alles, außer zum Chinesisch lernen. Ja. Aber ja, du bräuchtest auch erstmal ein Remarkable. Und meins gebe ich dir nicht. Dann hat uns Anja auf YouTube einen Link hinterlassen zu einem Harry-Graf-Kessler-Video. Luis, du wolltest dir das noch angucken demnächst. Aber schon mal danke, Anja, dafür. Und ja, es gibt auch einen YouTube-Kanal zu diesem Podcast. Ja. So, das waren die zwei Minuten jetzt schon, Luis. Das waren jetzt die finale zwei Minuten. Dann haben wir noch drei Themen, die wir jetzt in sehr schnell hohe Geschwindigkeit durch... Die müssen wir noch abfrühstücken, auf jeden Fall. Wir haben mehrere Themen für Russland, die jetzt im April in dieser Folge hätten rankommen müssen, rausgeklammert und kommt in der nächsten Folge. Das liegt einfach an der nicht vorhandenen Zeit. Dann hatten wir Spenden. Das ist schon etwas länger her von Markus und Jan. Vielen Dank an euch. Wir haben die letzte Folge schon sehr zeitig aufgenommen. Daher kommt der Dank erst jetzt. Wir haben unseren Ehefrauen erzählt, dass wir, Steffen und ich, einen eigenen Sparplan, einen ETF-Sparplan abgeschlossen haben. Ja. Meine Frau war nicht so begeistert und dachte, ich baue jetzt ein Vermögen mit Luis auf. Meine Frau hat sehr, sehr nicht reagiert. Der war das nicht so wichtig. Muss man irgendwie sagen. Ja. Genau. Der Punkt ist, warum wir das machen. Wir haben auch ein Gemeinschaftskonto. Für diesen Podcast. Ja. Und das ist bei einer Direktbank. Die kommen direkt und die haben das Modell eines Bezahlkontos eingeführt. Es sei denn, man schließt einen ETF-Sparplan in Höhe der Mindestrate ab. Und das haben wir jetzt gemacht. So. Und das heißt, damit haben wir auch keine Kontogebühr. Genau. Jetzt haben wir einen ETF-Sparplan auf einen MSCI-ASCWI. Einen Sparplan auf dem MSCI mit einer Hochpriorisierung von Schwellenländern. Empfohlen von Finanztippen. Ja. Und diesmal haben wir etwas gemacht, was wir sonst nicht so gern machen. Wir haben die Eieruhr überzogen. Den Hausmeister hat er überzogen. Ich finde, Luis, wir sollten jetzt ganz, ganz schnell zu den Themen kommen von vor 100 Jahren. Da hatte ich aber noch Witze im Petto. Wir wissen, Witze von vor 100 Jahren sind besonders, besonders alt und oft nicht nachvollziehbar. Ich fange an. Oder, Steffen, ist das okay für dich? Ja, gut. Dann fang mit deinen Witzen an. Luis hat schon angekündigt, er hat drei Witze. Ich wollte das jetzt gekonnt überspielen. Aber gut, dann, Luis, beginne mit deinen drei Witzen von vor 100 Jahren. Nummer eins. Gibt's denn gar kein Mittel gegen Kalköpfigkeit? Versuchen Sie es doch mal mit einer Perücke. Jum, jum, jum. War die Pointe schon? Ja. Gut. Erster Witz von vor 100 Jahren. Aus der Wiener Bilder, Ausgabe 10.4. Landern 21. Vorschlag. Patient. Donnerwetter. 50 Mark für einen Zahn ziehen. Sie verdienen ihr Geld aber schnell. Zahnarzt. Na, wenn Sie wünschen, kann ich Sie auch länger dauern lassen. Ja. Gut. Das Schöne an diesem Witz ist, Luis, ich weiß, dass jetzt die Hälfte deiner Witze schon vorbei ist und du nur noch einen hast. Vater. Mein Junge ist ein Windbeutel. Bekannter. Dann geben Sie ihm etwas mehr Schlagsahne. Ja. Windbeutel, Schlagsahne. Ja. Ja. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wir kommen jetzt zu den Themen von vor 100 Jahren. Nach der humoristischen Einlage, genau. Die Themen von vor 100 Jahren. Steffen, was war bis jetzt für 1921 der Dauerbrenner? Die Reparationszahlen, glaube ich. Und wie hoch die jetzt sein sollen und wie hoch doch nicht. Und ob man in Deutschland wieder Gebiete besetzt oder doch nicht. Ja, das ist richtig. Das liegt halt daran, der Versailler Vertrag, der hat nur festgelegt, dass jetzt 20 Milliarden Goldmark in Sachen Geldleistung sofort zu leisten sind und die Höhe und auch wann und wie und wo für weitere Reparationen gesagt ist, wird in der Zukunft geregelt. Ja. Und folgerichtig gab es die Pariser Konferenz ohne Beteiligung des Deutschen Reiches im Januar. Und da wurde eine gigantische Summe festgelegt. 226 Milliarden Goldmark zu zahlen in 42 Jahresraten. Das ist schon heftig. Es gab große Konteste, wir haben darüber berichtet. Richtig. Es gab auch noch weitere Reparationsforderungen, 12 Prozent des Exportes und abzugeben. Reduzierung der Armee auf 100.000 beziehungsweise Marine 15.000. Jetzt gibt es die nächste Konferenz und zwar die ist in London. Und jetzt sind die Deutschen aber mit eingeladen. Und der aktuelle Außenminister namens Simons, der hat später auch bei Harigraf Kessler einen wichtigen Anteil, der kommt ja nochmal vor, der Außenminister der Deutschen Republik, der Weimarer Republik, ist der erste Redner. Er bezieht sich in seiner Rede eben auf diese Bestimmung der Pariser Konferenz und sagt, überraschend, 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 er ist nicht einverstanden. Ja, ich finde, man könnte hier nochmal herausheben, Luis, das hast du vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, es ist schon ein Novum, dass das Deutsche Reich hier überhaupt teilnehmen darf und dann ist er auch noch der erste Redner. Und das finde ich persönlich sehr gut. Ja, dass man überhaupt mal mit an den Tisch gebeten wird, finde ich, ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Aber gut, jetzt kommt der Außenminister und sagt, ja, geht nicht. Genau, er sagt halt mehr oder weniger, also wenn ihr uns Gebiete wegnimmt, wo wichtige Industrie ist, wenn wir sozusagen Abgaben auf den Export zu bezahlen haben, sind wir nicht konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt. Wir können nicht exportieren, wir können noch nichts herstellen, weil die Gebiete, die wir Oberschlesien, die wir brauchen, um Sachen herzustellen, nicht mehr im Land sind. Und deswegen können wir das auch nicht bezahlen. Das funktioniert so nicht. Das heißt, liebe Alliierten, ich fasse jetzt mal in meinen Worten diese Rede zusammen. Liebe Alliierten, liebe Siegermächte, wenn ihr von uns Geld haben wollt, dann geht das nur, wenn wir keine Exportabgaben zu zahlen haben, wenn Oberschlesien das wichtige Industrie-Revier bei uns im Deutschen Reich bleiben kann. Und unter diesen Bedingungen wären wir in der Lage, 226 Milliarden Goldmark insgesamt zu zahlen und davon 53 Milliarden sofort. Und dann kommen aber, das wird verrechnet mit allem, was schon gezahlt wurde und dann gibt es noch eine Sonderkondition, weil gerade Wirtschaftskrise ist und eigentlich geben wir euch jetzt gar nichts. Das ist die Antwort des Deutschen Reiches. Und das als erster Redner mit Beginn der Konferenz. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das eine heitere Stimmung im Raum war. Richtig. Das war die Rede, die Reaktion der Delegierten. Wohlgemerkt, die Delegierten kommen ja aus den Siegermächten des Großen Weltkrieges. Sie erheben sich schweigend und verlassen ohne Gruß den Saal. Oh, okay. Also Totenstille. Ja, das hat nicht lange gedauert, bis sie sich wieder in der Wolle haben. Okay. Gut, da hat es ja richtig viel gebracht, dass man als Deutsches Reich wieder zu einer Konferenz geladen wurde, wenn man dann einen Gegenvorschlag macht und erstmal der Verhandlungspartner geschlossen den Raum verlässt. Richtig. Und dann kommt der Chef der britischen Regierung, Lloyd George, am 3.3. zur nächsten Vollversammlung und hält seine Gegenrede. Und er sagt, ich fasse das jetzt, weil das ist etwas relativ trocken und ich fasse das bewusst mit meinen eigenen Worten zusammen und hoffe, dass das dadurch etwas verständlicher, spannender darüber erzählt wird. Lloyd George sagt, das ist inakzeptabel, der Gegenvorschlag des Deutschen Reiches. Die haben doch den Krieg verursacht. Die sind schuld an den Krieg. Ihr Land ist heil geblieben, während in Frankreich und Belgien riesige Gebiete, gewaltige Schäden aufweisen. Ihr müsst die Beschlüsse aus Paris akzeptieren und das Geld bezahlen, eure Armee verkleinern, eure Exporte besteuern oder ihr macht einen diskutablen, gegenwürdigen Gegenvorschlag. Und wenn ihr das nicht macht, besetzen wir das Ruhrgebiet. Vielleicht noch, die sind dann von, alle Parteien sind von dieser Konferenz ohne Einigung abgereist. Genau. Und damit kommen wir gleich zu meinem nächsten Thema. Das Ruhrgebiet wird besetzt. Man muss dazu sagen, wir behandeln ja jetzt eine Periode von acht Wochen, deswegen galoppieren wir hier gerade durch. Aber die Besetzung der Ruhrgebiete, die war doch schon am 7. März, also sozusagen vier Tage nach der Rede von Lloyd George. Genau. Richtig? Genau. Also wie du sagst, es hat keine Woche gedauert. Da wurde das Ruhrgebiet dann schon besetzt. Die rechtsrheinischen Gebiete, Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Ich als Berliner musste erstmal nachgucken, warum Ruhrort? Was ist da jetzt so Besonderes? Ja, und da sind halt wichtige Häfen. Und deswegen waren die wohl auch sehr, sehr wichtig. Deswegen hat man das angedroht und man macht das jetzt auch, die rechtsrheinischen Gebiete zu besetzen. Man beruft sich auf den Versailler Vertrag und dass diese Forderungen der Reparationszahlung und so weiter nicht eingehalten wurden. Es wurden davor, bevor man jetzt einmarschiert, auch schon einige Gebiete besetzt. Und das wird jetzt dann nochmal ausgedehnt damit. Die deutschen Behörden vor Ort müssen sich unterordnen. Es gibt gleich auch neue Bestimmungen, die in Kraft treten. Zum Beispiel, ja, so ganz gewisse, so klare Dinge, wie zum Beispiel jeder Bürger muss sich jetzt jederzeit dann ausweisen können. Das ist ja erstmal klar. Aber dann verbietet man zum Beispiel auch Kundgebungen. Man darf sich nicht mehr privat und öffentlich kundgeben. Das wird jetzt, ja, dann verboten. Es müssen alle Waffen und Munition muss auch, die in den Städten vorhanden sind, muss abgegeben werden. Dann wird auch noch gefordert, dass die Mannschaften, also wenn man so ein Gebiet besetzt, dann kommt man ja mit Soldaten, unter anderem auch mit Panzern kommt man. Und es wurde jetzt gefordert, dass dann auch die Mannschaften der Besetzer in Privatwohnungen untergebracht werden. Und da gab es hege Proteste dagegen. Was man auch macht, ist Zollschranken einzurichten. Man probiert diese Gebiete mit extra Zoll zu belegen, sodass sie in gewisser Weise auch wirtschaftlich abgekapselt werden vom Rest. Es ist trotzdem noch erlaubt, also Post und Telefon, Telegrafenverkehr und so weiter ist weiterhin noch ununterbrochen möglich. Allerdings gibt es jetzt, kann man sich das vorstellen wie so ein kleines eigenes Wirtschaftsgebiet. Und das ist auch die große Befürchtung der deutschen Politiker, dass, wenn sich das jetzt nicht schnell ändert, dass dieses Gebiet sich langfristig nicht mehr dem Deutschen Reich zugehörig fühlen wird und dann besser ausgegliedert werden könnte. Also es gibt große Kritik aus der Politik. Viele werfen auch diesen Simons, den du erwähnt hast, vor, dass sie schlecht verhandelt hätten, was sich ja erstmal danach anhört. Das Ergebnis ist jetzt nicht gut. Vor allem gibt es auch Politiker, die sagen, ja, Pariser Konferenz hatte ja damals auch gesagt, wir müssen entwaffnen. Das haben wir auch gemacht. Das war ein großer Fehler. Jetzt kann man sich schließlich nicht mehr gegen die Besatzer wehren. Da frage ich mich auch, Luis, ganz ehrlich, hätten die sich jetzt gegen ausgebildete Soldaten mit Panzern und so weiter gewehrt, dann wäre es dazu in einem großen Bürgerkrieg geworden bzw. Krieg gekommen. Das Deutsche Reich wäre wieder im Krieg gewesen. Ich weiß nicht, ob es die Situation besser gemacht hätte. Das hatten wir. Das war doch gerade viereinhalb Jahre lang ein Tagesprogramm und das hat überhaupt nichts gehabt gebracht. Ja, und vor allem, dann wäre es diesmal auch im eigenen Land gewesen. Grober Unfug. Ja. Viele mehr unnötige Tote. Ganz, ganz grober Unfug. Also ich finde, was du erzählst, das ist alles grober Unfug. Ja, also ich finde von beiden Seiten. Aber gut, 100 Jahre später lässt sich das schnell urteilen. Wir spoilern diesmal und machen eine kleine, also wir gucken in unsere Zauberkugel, die in die Zukunft sieht und sagen, das wird noch bis zum 30. September anhalten, dieser Zustand. Also schon so sechs Monate, ein halbes Jahr lang. Die Kosten, die dabei entstehen, die muss das Deutsche Reich selber tragen. Das sind schlappe 100 Milliarden Mark. Wir werden dann später nochmal drüber berichten. Also, um es kurz zu machen, ab jetzt ist das Ruhrgebiet erst einmal besetzt aufgrund der Londoner Konferenz. Aber ich finde, man muss sich auch vorstellen, wir kommen auch noch gleich dann bei Harika Kessler dazu, wie das auf die Zeitgenossen wirkt. Dieses Gefühl, also ich kann mich ja auch nur begrenzt reinversetzen. Ich würde vermuten, man fühlt sich ausgeliefert, machtlos, unterdrückt, dominiert. Ob das wirklich langfristig für eine Friedensordnung günstig ist, das möchte ich hier mal bezweifeln. Ja, zumal du, wenn du da Einwohner bist und siehst, dass deine Stadt besetzt wird, nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit Panzern. Das sind wahrscheinlich auch Dinge, die du selber, wenn du nicht im Krieg gedient hast, hast du diese Panzer wahrscheinlich nie gesehen. Höchstens mal von Fotografien und jetzt kommt da so ein riesiges Blech, so ein Blechkoloss auf dich zu und besetzt in der Straße, in der du eigentlich wohnst, die Gegend. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da erstmal sehr, sehr skeptisch ist, dass ein Wohner sich ausgeliefert fühlt, so wie du sagst. Und auch nicht besonders versöhnlich bestimmt ist. Ja, grober Unfug. Wollen wir zum nächsten Thema kommen, Luis? Wir müssen heute ein wenig durchreiten, weil wir viele Themen haben. Ja. Wenn du möchtest, dann gehen wir gleich mal weiter zur nächsten Konferenz. Und zwar möchte ich noch mal eine kleine Zeitreise mit dir machen, Luis. Noch eine Konferenz? Komm, welche denn? Wohin und wann? Und zwar reisen wir in das Vorjahr 1920 und gehen mal zurück gedanklich zur Folge 109, die sich dann nannte Kommunismus als Franchise-Unternehmen vom 15.8. Und wir berichteten über die Kommunistische Internationale. Genau, also die Idee, dass in Moskau definiert wird, was ein guter Kommunist ist und wer den Vorgaben aus Moskau folgt, darf sozusagen auch der Unterstützung hoffen. Die haben das wie ein Franchise-Unternehmen für die Länderorganisation der Kommunistischen Partei Vorgaben gemacht. Genau. Es waren auch einige deutsche Parteien dort. Nur wenige wurden angehört. Dann kamen nach der Konferenz die Delegierten wieder zurück zu ihren da heimgebliebenen Kameraden bzw. Genossen. falsches Wort. Und haben dann darüber abgestimmt, dass zum Beispiel sie gerne sich der kommunistischen Führung aus Moskau anschließen wollen, unter anderem die USPD. Und daraufhin zerfällt ja dann auch die USPD. Wir berichteten auch im Oktober 1920, zerfiel sie dann, weil manche mitmachen wollten bei der Kommentaren, manche nicht. Also die Linken sind groß zerstritten. Ich möchte dazu einen Witz ergänzen. Treffen sich zwei Linken an der Bar und besinnen drei Schlittergruppen. Genau so ist es. Eine Konsequenz von dieser Kommentaren 1920 war, dass man das Ziel verfolgen wird, den Sieg des Kommunismus weltweit nach vorne zu bringen, dass man kämpfen wird dafür, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Das wurde so gesagt, dass man da wirklich mit Gewalt auch den Kommunismus vorantreiben möchte. Und wenn sich jetzt die Linke in Deutschland zersplittert, gibt es garantiert auch Gruppen, die auf Linie der kommunistischen Partei Moskau sind. Also auf der Linie der Revolution mit Waffengewalt. Und alles für den Sieg der Weltrevolution. Und jetzt fragt man sich so langsam, das war ja letztes Jahr, was ist denn da jetzt eigentlich? Wann kommt denn mal diese große Revolution, Luis? Und ich kann dir sagen, ein Versuch ist, das jetzt kommt. Wir springen in das Jahr 1921. Wo? Und wer? Ja, erstmal kurze Frage an dich. Hast du davon schon mal gehört, dass 1921 die große Weltrevolution siegte? Nein. Also ich kannte den Ärger mit Liebknecht direkt und war nach dem Ersten Weltkrieg in Rosa-Luxburg. Klar, hier auch im Berlin-Landjahr-Kanal. Ich kannte auch parallel zum Kaputsch. Aber die 1921, die kannte ich nicht. Ja, weil sie auch scheitern wird, um es mal vorab zu sagen. Und zwar nach wenigen Wochen. Ja. Springen wir zum März 1921 zum Mannsfelder Industriegebiet, Luis. Wann im März war das? Also es fängt jetzt so um den 21. März an. Das heißt, wenige Tage nach der Besetzung des Ruhrgebietes. Also wir haben jetzt hier Schlag auf Schlag. Die Ereignisse überhäufen sich. Ich würde sagen, die hatten damals Probleme. Das hatten wir schon mal in der Folge, als der Kaputch und Parallel einen kommunistischen Aufstand waren. Aber da ist es, glaube ich, schwierig, als Regierung in Berlin zu gucken, welchen Feuerbrand man zuerst löschen darf. Und, Luis, man fängt jetzt an, also man sucht sich einen Platz aus. Wo könnte denn jetzt diese Revolution anfangen? Es werden auch aus Moskau Leute entsendet nach Deutschland, die das vorantreiben sollen. Unter anderem Bela Kuhn. Das ist auch ein Begriff, glaube ich. Also es ist auch ein Name, der relativ bekannt ist. Auch ein Journalist hat eine gewisse Vergangenheit in Ungarn gehabt. Und der wird jetzt nach Mitteldeutschland entsendet und soll unterstützen, die Revolution jetzt hier voranzutreiben. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Kampf gewonnen. Das Ganze könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zeitreisende, aber ich erhebe meine Faust. Und, Luis, da sucht man sich jetzt den geeignetsten Platz aus, nämlich das Mannsfelder Industriegebiet. Hast du davon schon mal was gehört? Nein, wo ist denn das? In Mitteldeutschland, Hessen rum so. Entschuldige, ich muss mich korrigieren, es ist in Sachsen-Anhalt. Okay, Sachsen-Anhalt. Und ich habe mich gefragt, Weltrevolution in so einem Feld, was ich noch nie gehört habe, warum denn da? Verdammte Axt. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt passiert jetzt nicht jedes Jahr etwas von weltgeschichtlicher Bedeutung, um es positiv zu formulieren. Aber der Knackpunkt ist, es soll nicht nur dort passieren, aber dort hofft man, dass da die meiste Unterstützung ist, weil es ein Industriegebiet ist. Und wo ein Industriegebiet ist, da sind auch viele Industriearbeiter. Und wo Industrie und Arbeiter sind vor 100 Jahren, da sind auch viele, naja, die mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden sind, vielleicht auch politisch Unentschlossene sind. Und man erhofft sich einfach, dadurch, dass in diesem Gebiet die linken Parteien eine hohe Zustimmung haben und es auch, man schätzt, zwei bis drei Millionen politisch Unentschlossene gibt, dass man die mitziehen kann, dass die mitmachen bei dem Vorhaben. Also man sucht sich dieses Gebiet aus, weil dort viele Anhänger sind. Also der zündende Funke für den gleichen Brand. Genau. Und zeitgleich möchte man auch in Hamburg und im Ruhrgebiet auch mitmachen, klappt eher so mäßig. Und es kommt leider auch dazu, dass die Regierung, die an der Spitze sitzt, die riecht den Ärger schon. Die merkt da, da ist was im Busch. Irgendwas stimmt da nicht und entsendet in das Gebiet schon mal erste Truppen, verstärkt Polizei dort auch. Und jetzt fragt sich die KPD, ja, was machen wir jetzt? Eigentlich wollten wir erst alle zeitgleich später angreifen und anfangen. Jetzt kommt ja aber die Gruppentruppenstärke, die aufgestockt wird. Dann lass uns doch lieber jetzt anfangen als dann zum geplanten Zeitpunkt. Okay. Ja, ist ein Fehler. Denn es stellt sich heraus, die Führung schlecht im Führen kann die Situation überhaupt nicht gut unter Kontrolle bringen. Es kommt dann zwar zu dem Generalstreik und es gibt auch sehr viele Arbeiter, die zu den Waffen greifen. Allerdings können die sich nicht ganz so gut organisieren und man probiert das so ein bisschen zu überspielen, indem man mit ordentlicher, übertriebener Brutalität hier vorgeht. Es gibt dann auch in anderen Städten Bombenattentate, die geplant werden. Dresden, Leipzig, in Berlin an der Siegessäule wird auch ein Bombenattentat vorgenommen. Es wird ein Zug entgleist zwischen Leipzig und Halle. Also ein linker Terrorismus. Und es gibt auch sehr viele blutige Gefechte, die sich allerdings eher auf einzelne Gebiete konzentrieren. Sie merken schnell, die breite Unterstützung fehlt hier. Am Ende, also wir reden davon, das Ende ist dann so um den 2.4. der Rum. Am Ende gibt es so 3000 Arbeiter, die sich in einer Chemiefabrik absetzen und sich da verbarrikadieren. Die Polizei hat das umzingelt, traut sich nicht ganz zu schießen und zu feuern, weil sie Angst haben, naja, so eine Chemiefabrik, da sollten wir vielleicht nicht mit scharfer Munition reinschießen. Also sie haben da so ein bisschen Angst, dass es da Explosionen geben könnte, zu Recht wahrscheinlich. Die Arbeiter halten eine Woche durch und geben dann noch Unfern auf. Auch in Hamburg und im Ruhrgebiet gibt es nicht so wirklich erfolgreiche Aktionen, Durchbrüche, sodass nach wenigen Wochen, also vom 21.3. bis 2.4., das hier auch zu Ende ist. Das klingt erstmal nicht so nach, als ob das so große Konsequenzen gehabt hätte. Man muss allerdings schon sagen, auf beiden Seiten gibt es circa 200 Tote, wobei auf den linken Seiten da die Zahl deutlich höher ist, also anteilsmäßig. Und die KPD verliert die Hälfte der Mitglieder da durch diese Aktion. 200.000 treten aus der Partei aus. Unfähigkeit ist eine sehr hohe Motivation, den Rücken zu drehen. Also gescheitert würde ich sagen. Es gibt Vermutungen, dass man auch nicht glaubte, dass hier jetzt die Revolution im Deutschen Reich anfangen, also siegen wird. Man wollte eher die Regierung schwächen. Man kann aber sagen, das ist deutlich gescheitert. Die KPD hat sich hier mehr als selber geschwächt. Wenn sie die Hälfte der Mitglieder, 200.000 Mitglieder verliert, das ist ein Armutszeugnis für die damalige Führung gewesen. Das hört sich auch nicht danach, dass sie verantwortungsvoll, also das ist einfach Terrorismus. Und gehört halt, solcher sind das Verbrecher. Egal ob man linke oder rechte Politik bevorzugt, das mit den Methoden ist illegal. Grober Unfug. Genau, und so viel zu der proletarischen Revolution, die in Mitteldeutschland probiert wurde, allerdings scheitert. Und zeitgleich, also am gleichen Tag, ist auch eine erfolgreiche Meldung im Buch, dass diese Verringerung des Millionen Heers aus dem Ersten Weltkrieges auf eine Rumpfarmee von 100.000 Mann plus 15.000 für die Marine erfolgreich umgesetzt wurde, unter Kontrolle einer Kommission der Siegermächte. Auch das ist kein einfaches Unterfangen, gerade mit der langen militärischen Geschichte des Deutschen Reiches, mit dem auch einfach, wie viele Leute da sozusagen vor dem Nix stehen, ihre gesamte Existenz und wie sie sich selber definieren, sozusagen die Armee ihnen fehlt. Das passiert auch noch im Hintergrund der Besetzung des Ruhrgebietes, dieser Revolution, diese Verringerung des Heeres. Ja, da gab es große Proteste auch, schon in den letzten Folgen haben wir darüber berichtet. Verstärkt auch dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Wichtige Schlüsseltechnologien dürfen im Deutschen Reich nicht mehr zum Einsatz kommen oder Besitz werden seitens der Armee, das sind Panzer und Flugzeuge und U-Boote, sodass das siehe ist, dass das Deutsche Reich keine Gefahr mehr ist aus Sicht der Siegermächte militärisch. Würde ich sagen, Steffen, wollen wir zum Ausland kommen? Ja, also ich hätte noch zwei Themen, aber kannst du auch gerne ausklicken lassen mit deinem Thema, wenn du möchtest. Ich hätte noch eine kleine Meldung zu Polen. Wir hatten über Polen berichtet. Polen war im Krieg mit Russland und hat am Anfang direkt am ersten Weltkrieg umfangreiche Niederlagen hinnehmen müssen. Und dann kam es zu diesem Wunder an der Weißel und dem ersten Präsident Josef Pelsudzki, wo ja Harry Graf Kessler große Aktien hatte, dass der aus dem Deutschen Reich nach Polen kam. Unter seiner Führung ist es Polen gelungen, vor Warschau eine entscheidende Wende zu erlangen. Das war der Gründungsbedarf des polnischen Staates. Und wir haben jetzt im März eine demokratische Verfassung für Polen und auch einen Friedensvertrag zwischen Polen und Sowjetrussland. Und Polen als Staat, historisch ist es sehr, sehr schwer, da ein Gebiet festzulegen. Da hat natürlich Polen eine sehr, sehr andere Sicht als ihre Nachbarstaaten, was jetzt Polen ist und was nicht. Und das Polen, was jetzt im Jahr 1921 entstanden ist, ist um einiges größer als von den Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg geplant wurde. Also der Friede, der jetzt geschlossen wurde, die Verfassung, die jetzt gebildet wurde, sind ein Sieg der Polen. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr diesen Witz machen, wie heißt das größte Land der Welt? Polen. Nein. Es gibt es offiziell diesen Staat. Okay. Gut. Willst du den Witz noch zu Ende erzählen, warum ist es Polen gewesen? Weil es Polen nicht gab. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gab es Deutschland und dann war das direkt Nachbarland Russland. Und dazwischen war nichts. Ja. Oder mit der Pointe von damals, weil es keine Grenzen hat. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Das heißt, wir haben jetzt also Polen. Es ist abgesteckt, vermessen und jetzt kommt der Friede zwischen Warschau und Moskau und jetzt gibt es einen Polen. Korrekt. Und Harika Kessler hat mitgeholfen, dass der entscheidende Politiker rechtzeitig in Polen war, um für seinen Staat da zu sein. Ja. Da hat sich die Strategie von 1918 im November, beziehungsweise Ende Oktober, Anfang November hat sich ja dann als glücklich herausgestellt, dass man tatsächlich geschafft hat, sich da so eine Art Freund dann zu schaffen. Genau. Weil Deposuzki war ja in deutscher Gefangenschaft und der wäre eh freigekommen und da war es die Idee, schnell, bevor man ihn freilassen muss, ihn selber über Harika Kessler zu befreien, um vielleicht die Laune etwas zu heben. Gut. Hast du noch was zu polen? Nein. Dann kommen wir doch vielleicht zum nächsten Thema. Du kannst dich ja vielleicht auch zurückerinnern an unsere Sonderfolge 107, die Entstehung der Nationen. Das war die Sonderfolge mit Ralf Grabuschnik in seinem Podcast Déjà-vu-Podcast. Wir sprachen über Ungarn. Kann man gerne nochmal nachhören. Bessere Hälfte von Österreich. Und wir sprachen darüber, wie Ungarn und Österreich sich ungefähr trennten. Und dazu möchte ich gerne nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, was eigentlich 1918 mit dem Kaiser damals passierte. Und zwar nicht dem deutschen Kaiser, sondern den österreichischen Kaiser bzw. König von Ungarn. Denn das war Kaiser Karl I., also Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Komischerweise ist es da Karl IV., der verschwindet ja 1918, als der Krieg vorbei ist, aus Österreich, dankt ab, geht später in die Schweiz. Und ganz wichtig jetzt für die folgenden Minuten. Bei seiner Abdankung hat er eine ganz spitzfindige Formulierung für seine Abdankungsrede bzw. seinen Brief vorgegeben. Und zwar hat er das so formuliert, dass er von der Regierung abdankt, aber nicht vom Thron. Er dachte sich so, ich gehe nun mal vorübergehend weg, verzichte auf die Regierung und komme später wieder, weil ich mich ja nochmal auf meinen Thron setzen muss. Mensch, la wieder. Und ja, das war im November 1918. Dann kommt, wie gesagt, in Ungarn, der Horti übernimmt dann in Ungarn, provisorisch auch als Staatsoberhaupt. Wir berichteten in dieser Sonderfolge davon. Und ja, jetzt springen wir mal in das Jahr 1921 zurück. Auch wieder in dem März. Kurze Anmerkung, das ist rhetorisch so geschickt, wie wenn ich dir mein Portemonnaie gebe und sage, ich gebe dir nur mein Portemonnaie. Ich sage nicht, dass ich auf das Geld da drin meinen Anspruch abgebe. Genau, so ist es. Du auch mein Portemonnaie. Und drei Jahre später komme ich, wo ist denn das Geld in dem Portemonnaie wieder? Ein Schlawiner, ein Schlawiner, ein Schlawiner, der Karl. Ja, und genau das passiert auch. Der Karl IV., also König Karl IV., was derselbe ist wie Kaiser Karl I. von Österreich, kommt jetzt zurück von der Schweiz nach Ungarn. Ende März passiert das. Er kommt zusammen mit seiner Frau Zita und will jetzt seinen Thron zurück. Und da haben wir so ein kleines Bild auch im Chronikbuch. Er geht zusammen über die Grenze mit einigen seiner damaligen Generäle, also auch mit Militär. Und die tragen auch die Militärsuniform von Österreich-Ungarn, damals K&K-Armee des Ersten Weltkrieges. Das ist schon mal ein Zeichen, dass sich hier nichts geändert hat. Der König ist König und kommt jetzt hier mal nicht auf Staatsbesuch, sondern kommt, um seinen Thron einzunehmen. Als König, obwohl er eigentlich Kaiser war. Ja, König von Ungarn. Er geht nach Ungarn. K&K, Kaiser und König. Genau. Er geht jetzt also nicht nach Österreich, sondern er geht nach Ungarn und will dort seinen Thron zurück. Und wir erwähnten es schon, dort sitzt Horthy. Horthy ist das damalige Staatsoberhaupt. Der lässt ihn kommen, unterhält sich ein wenig mit ihm und sagt so nach einer Woche, jetzt ganz ehrlich, geh mal wieder zurück vor du herkommst. Und der Kaiser muss sich auch einsehen, ja, ich habe ja keine richtige Macht mehr und wir haben die Leute auch gar keine Lust mehr auf mich. Ich probiere es, er hat es probiert, ich gehe jetzt doch wieder zurück. Es entstehen so einige Karikaturen über ihn und diese Aktionen auch. Es wird sich ein wenig lustig gemacht über ihn. Er wird es später, im Oktober, so viel können wir schon wieder mal aus unserer Glaskugel sagen, die er in der Zukunft sieht. Er wird es später nochmal probieren. Er wird sogar versuchen, sich das mit Gewalt, sich mit Gewalt durchzusetzen. Verbarrikadiert sich ein wenig im Gebirge, sieht dann aber ein, dass, wenn er jetzt hier so weitermacht, es zum Bürgerkrieg kommen wird. Und das möchte er nicht und geht dann freiwillig wieder zurück und gibt auf. Die Entente, die sieht das alles nicht so sehr gerne, dass jemand sich da, der im Ersten Weltkrieg Gegner war, zurückbegebt und seinen Thron wiederhaben möchte. Und sagt dann, also Karl, hör mal zu jetzt hier, war ja alles schön und gut. Wir verstehen ja auch, dass du da jetzt deinen Thron wiederhaben willst, aber das lässt dir jetzt mal. Wir schicken dich mal ins Exil. Und hier ist in Madeira, ist so ein schöner Ort, da kannst du dich wieder niederlassen. Und so wird er gezwungen, 1921 nach Madeira ins Exil zu gehen. Und zeitgleich gibt es in Ungarn die Leute so um Horti herum, die denken sich, also ganz ehrlich, dieses Adelsgeschlecht da, ja, das wird jetzt schon ein bisschen nervig. Dass der jetzt hier immer wieder kommt, zweimal im Jahr 1921, wer weiß, ob der im Exil bleibt. Wir müssen da jetzt mal was machen dagegen. Und so kommt es zu diesem, hast du schon mal was gehört von dem Detronisationsgesetz? Nein, aber ich vermute, der Name ist Programm. Genau, es wird gesagt, dass die Habsburger damit endgültig abgesetzt sind. Das wird so festgelegt und es wird gesagt, dass falls es doch mal in Zukunft ein Königsgeschlecht geben soll und ein Königsgeschlecht gewählt werden soll, dann dürfen die Habsburger nicht zur Wahl stehen. Die sind ausgeschlossen. Das habe ich mir so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und da frage ich mich, Luis, dieses ganze Adelsgeschlecht so in Europa, sind die nicht alle irgendwie miteinander verwandt? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendeiner von den, vom derzeitigen, also sagen wir mal, es gibt ja nicht mehr viele Monarchien, aber die, die noch da sind, die sind doch bestimmt alle irgendwie über 15. Grades dessen Katze Mitbewohner verwandt und das war irgendwie doch ein Habsburger oder so. Ja, gerade die Habsburger waren die allergrößten in der Herratspolitik. Ja, also ich glaube, da frage ich mich, ob das überhaupt geht, dass man sagen kann, man könnte überhaupt noch irgendjemand, irgendein Königsgeschlecht wählen, was nicht Habsburger ist. Ja, ja, das, ja. Vor allen Dingen, also der Gegenspieler vom König Karl, der eigentlich Kaiser ist, oder der Kaiser, der auch König ist, ist ja Horthy, der Reichsverweser, der ja auch ein Admiral ist. Und mit einer Admiralsuniform umstolziert, in Ungarn, einem Binnenland. Also hat quasi den Admiral ohne Flotte, weil Kaiser, der eigentlich König ist, nicht herangelassen. Tja. Ja. Das war schon in Ungarn. Ist irgendwie ganz witzig, aber ist natürlich für die Zeitgenossen höchst gefährlich, wenn es zum Bürgerkrieg kommt. Ja, ja. Wenn du mir erlaubst, würde ich gerne noch ein paar Jahre, beziehungsweise ein Jahr in die Zukunft schauen. Okay. Das machen wir normalerweise nicht, aber ich finde, das passt jetzt ganz gut. Gut, nächstes Jahr, im März 1922, stirbt der Karl IV. und zwar an einer Infektion mit der spanischen Grippe. Entschuldige, also am 15.03. infiziert er sich so. Er infiziert sich und am 27.03. wird er bewusstlos und am 1.04.1922 stirbt er dann. Er ist tot mit, ich glaube, 34 Jahren, wenn ich das mir hier richtig notiert habe. Ein interessanter Funfact finde ich, 2004, das wusste ich überhaupt nicht, wurde er von Johannes Paul II. Selig gesprochen. Wusstest du das? Nee. Dann habe ich mich gefragt, warum wird denn jemand wie Karl IV., also Staatsoberhaupt von Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg, warum wird der denn bitte selig gesprochen? Und tatsächlich gibt es so, ja, wird er, er kam, er kam, also er ist ja nicht beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges an der Macht gewesen, sondern er kam erst, glaube ich, 1917 oder 16, nee, ich glaube, 1917 kam er erst an die, an die Macht und hat sich dann ja eingesetzt dafür, dass der Frieden in Gang kommt. Also in meiner Erinnerung stimmt das so nicht. Ich habe eher in Erinnerung, dass er gesehen hat, dass Österreich-Ungarn hier verliert und Schlachten verliert, nicht weiterkommt und dann zum Frieden möchte. Aber das wurde unter anderem als Grund genannt, dass er ja so ein Friedenskaiser war und deswegen selig gesprochen werden müsste. Aha. Es war eines der Argumente. Es gibt noch andere. Fand ich, ist aber ein interessanter Funfact. Für mich ein weiterer Bestandteil der groben Unfug-Kategorie dieser Folge. Ja, ein Thema hätte ich noch. Ich habe noch was zum Thema Habsburg. Ja, dann mach du doch erstmal Habsburg. Ja, und zwar für Kaiser Karl I. und Kaiser Karl IV., der hatte Kinder und das älteste Kind nannte sich Otto von Habsburg. Und den habe ich schon ganz oft gehört. Der ist erst 2011 gestorben. Der wurde sehr, sehr alt. Jahrgang 1912. 2011 gestorben, 99 Jahre alt. War jahrelang Mitglied im Europäischen Parlament und großer Anhänger Europas. Und hat beim Fall des eisernen Vorhangs persönlichen Beitrag geleistet, sozusagen über den Block hinüber. Er konnte ganz, ganz viele Sprachen, weil er ja ausgebildet wurde als Kaiser und König. Und hat da viel beigetragen. Und von ihm habe ich schon ein paar Mal gehört. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Leben, weil er hatte ewig keinen Reisepass, weil er in Österreich und in Deutschland keinen Pass haben konnte. Und ja, sehr, sehr spannender Mensch. Otto von Habsburg. Ja, also die Frau von dem Kaiser Karl I. bzw. Karl IV., die ist auch relativ alt geworden und erst relativ spät gestorben. Also die, das war die, ich habe ja auch den richtigen, langen Namen, glaube ich. Cita Maria de la Grazie Habsburg-Lothringen geboren von Bourbon-Parma. 1892 geboren und erst 1889 gestorben. Also die lebte noch deutlich länger als dann ihr verstorbener Gatte. Ja, also Habsburger sind eine sehr, sehr interessante Familie. Ja. Gut, ich würde gerne zum letzten Thema kommen. Danach können wir uns anhören, was die alte Eule Harry Graf Kessler so sagt. Einiges kann ich jetzt schon sagen. Und zwar hatten wir das letztes Jahr, Luis, dass das zum ersten Mal nach dem, nach dem Olympischen Spiel, äh, dass zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg die Olympischen Spiele stattfanden. Ohne Deutschland, weil Deutschland war ja böse. Und in Antwerpen, in Belgien, ist auch, Belgien war auch nicht zufällig gewählt. Ja, um zu zeigen, dass das hier, dass das hier ganz besondere Spiele sind, nämlich die nach dem Ersten Weltkrieg. Aber jetzt habe ich es gerade gesagt, das Deutsche Reich war nicht dabei. Weißt du, wer bei den Olympischen Spielen auch nicht dabei war? Kleine Pfandfrage. Einbeinige mit Holzhoß? Wahrscheinlich. Ähm, aber wer auch nicht dabei war, halt unter den Sportlern, waren Sportlerinnen. Es gab keine Frauenbeteiligung bei den Olympischen Spielen und das gab große Proteste damals. Aber zu Recht. Ja, also zu Recht, dass es Proteste gab. Und deswegen hat man sich gedacht, naja, wenn sich der IOC weigert, Frauen zuzulassen, dann gründen wir den FSFI in Paris. Also Fédération Sportive Femine Internationale. Ähm, also wieder eine Internationale, Luis. Und die hat dann beschlossen, dass man 1921 auch eine Olympiade veranstaltet, also ein Jahr nach dem Olympischen Spielen. Und das ist aber eine Olympiade, wo die Männer nicht mitmachen dürfen, weil es eine Frauen-Olympiade sein wird. In Monte Carlo. Sehr schöne Geschichte. Ja, Teilnehmer sahen unter anderem Großbritannien, USA, Schweiz, Frankreich. Weißt du, wer wieder nicht dabei war? Deutschland? Denn die waren ja böse. Und deswegen waren die auch nicht mit dabei. Mhm. Ja, leider gab es großes Aufsehen aufgrund der Sportbekleidung. Denn bisher war es tabu, dass man als Frau Sportbekleidung trug, also so kurze Hosen. Das war großes öffentliches Ärgernis. Ja, um es kurz zu erwähnen noch abschließend. Und das ist auch das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Die britischen Frauen waren am siegreichsten, unter anderem Mary Lyons. Die lief 60 Meter in 8,2 Sekunden, was damaliger Weltrekord war. Also Hut ab 60 Meter in 8,2 Sekunden finde ich schon viel. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Und schade, dass sowas überhaupt notwendig ist. Ja, aber es war ein wichtiger Schritt, um die Gleichberechtigung der Frauen auch bei den Olympischen Spielen zu erreichen, dass die dann zumindest teilnehmen können. Auch heute sind wir da, glaube ich, immer noch weit von entfernt, wenn man sich so überlegt. Ich glaube, bei den, ich habe das mitbekommen, bei den Beachvolleyballerinnen, die dürfen ja auch eine, also da regelt man ja die maximale Länge der Sportbekleidung. Also sie dürfen ja teilweise keine langen Hosen oder so tragen. Das ist ja richtig festgeschrieben. Das finde ich immer noch sehr fragwürdig. Ich frage mich, warum muss man sowas festlegen? Und wir hatten die Frage beim Pub-Quiz, Steffen, vielleicht das Ringen, Ringen gibt es nur für Männer. Also da gibt es die, was man damit sagen will, Ringe, ja, also das ist mit dem Ringen und dann Tonen gibt es nur als Männersportler. Der Punkt ist, dass es ein wichtiges, gut, dass sie es gemacht haben und wir sind einen langen Weg gegangen. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Genau. Und ich glaube, den Weg können wir jetzt weiterverfolgen Richtung Harry Graf Kessler. Luis, was sagt denn die alte Eule der Eulen? Er scharrt schon mit den Hufen. Es ist die einzig wahre Eule, der ich mit Glitzerpuder empfehle. Es ist Harry Graf Kessler. Er sah, kam und schrieb. Er schrieb viel. Wir hatten, das ist der James Bond in der Zeit von vor 100 Jahren. Er hat ein umfangreiches Netzwerk. Er schafft es, die richtigen Leute zu kennen, die historisch relevant waren. Er ist an vielen historischen Ereignissen irgendwie beteiligt. Und wenn nicht, hat er immer eine eigene Meinung. Er ist in seinem eigenen Tagebuch der größte Held. Harry Graf Kessler, der einzig wahre. Genau. Du hast sein Tagebuch und liest aus seinem Tagebuch regelmäßig. Und was berichtet er jetzt in der letzten Zeit? Genau. Letzte Folge hat er ja Albert Einstein getroffen und ist mit ihm zum Internationalen Gewerkschaftsbund nach Amsterdam gefahren. Und da hatten wir aufgehört. Und er ist am 15. Februar immer noch in Amsterdam und ist mit Einstein im Reichsmuseum und steht vor Rembrandts Nachwache. Harry Graf Kessler mit Einstein. Ja, und Einstein lässt sich Tipps geben von Harry Graf Kessler zu seiner Theorie. Ja, das hatten wir auch. Also Einstein war auch sehr begeistert von seinen Ansichten zur Relativitätstheorie und seinen Arbeiten. Laut Harry Graf Kessler, genau. Also in seinem eigenen Tagebuch, möchte ich betonen. Ja. Also ich gebe nur wieder, was in dieser Quelle steht. Großartig, ja. Er ist am 16. Februar wieder in Berlin. Was er tut, er schreibt einen Artikel für die Welt am Sonntag mit dem Namen Die Rettende Internationale, wo er im Wesentlichen sagt, dass mit der aktuellen Wirtschaftskrise sind die Reparationen nicht leistbar. Er sagt auch, dass die Erhöhungen der Steuern nicht dazu führen, dass mehr Geld reinkommt. Die einzige Möglichkeit, die Staatseinnahmen zu erhöhen, sind Verschuldung und Notenpresse, also Inflation aus seiner Sicht. Mit anderen Worten, er möchte nicht, dass die Steuern erhoben werden. Sonntag hat er im Mittagsfrühstück, den 20. Februar, mit der Frau des französischen Botschafters und einem britischen General, wo er theoretisiert, dass wie immer sehr, sehr geschickt sich bloß nicht festlegt, dass natürlich Deutschland auch ein Interesse hat, Frankreich aufzubauen. Und weil, nochmal klar zu machen, Frankreich und Belgien ist zerstört, Deutschland eben nicht. Das sieht natürlich blöd aus nach außen. Und das ist auch eine der Begründungen, warum Deutschland Reparationen zu leisten hat. Und versucht, Kontakte zu knüpfen und einen kleinen Nenner zu finden, um einen Ausgleich zu finden. Das, was er immer tut. Netzwerken, 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 Netzwerken. Ein Profi auf dem Gebiet. Und diese ganzen Ausführungen wollte ich jetzt überspringen. Wichtig ist, dass die Gesprächsteilnehmer, zum Beispiel die Frau des französischen Botschafters, ganz begeistert sind von seinen Argumenten. Natürlich, schreibt er wieder. Ja, klar. Und am Montag dann drauf, den 21. Februar, trifft er sich mit Simons. Das ist der Außenminister. Wann? Am Anfang oder Ende Februar? 21. Februar. Also noch vor der Konferenz in London, über die wir gesprochen haben. Das ist ja wichtig, dass es denn noch vor der Londoner ist. Okay. Ja, einige Zitate, weil das ist ja halt der Außenminister und das fand ich relevant für den Gesamtkontext. Und zwar, Zitat, Simon meinte, diese Konnexität der deutschen Wiedergutmachungshallungen mit der Hilfe der Alliierten für die deutsche Wirtschaft sei nichts Neues. Und da geht es halt darum, dass man ein Problem hat. Deutsche Wirtschaft kann nur Reparationen leisten, wenn sie auch funktioniert, leistungsfähig ist, wenn ihr irgendwie geholfen wird. Wenn man die alles wegnimmt, dann kann sie auch keine Reparationen leisten. Und Simons meinte, das fand ich ganz interessant, ja, das kennt ihr schon. Der Gedanke, lieber Hargraf Kessler, der ist nichts Neues, das war ja schon. Ja, man hat ja auch gehört, also man hat schon mitbekommen, dass Simons die Ereignisse gut abgeschätzt hat. Ja, das haben wir auch gesehen. Ja, die Rede war ein Bombenerfolg. Das war top. Bomben, ja. Hier, Strategie vom damaligen Außenminister von Deutschland, aus Sicht von Hargraf Kessler. Also Simon meinte, Zitat, Er deutete dann an, dass er deshalb lieber nicht die Sache in der Presse schon jetzt zur Erörterung bringe, da dann eine heftige französische Kampagne dagegen zu erwarten sei. Also das sagt jetzt Simons. Richtig. Es geht einfach darum, diese Idee, dass man Reparationen zustimmt, aber Gegenleistung einfordert. Ja. Ich frage mich gerade, ob das nicht besser gewesen wäre, er hätte es in der Presse schon mal angesprochen. Ja, Hargraf Kessler hat es angesprochen, der Welt am Sonntag. Und jetzt redet er halt privat mit diesem Außenminister. Genau, aber meintest du nicht gerade, dass der Außenminister sagte, er möchte so etwas nicht in der Öffentlichkeit besprechen? Richtig. Hier geht es auch weiter. Zitat, Du hast völlig recht. Das ist gerade nämlich noch ein Artikel. Hargraf Kessler schreibt ja noch mehr Zeitungsartikel. Natürlich ist er auch Hargraf Kessler. Genau. Und jetzt kommt es dazu, dass er fünf Tage später Ende Februar nach Genf reist im Internationalen Arbeitsamt. Also ich finde das sehr großartig. Das internationale Arbeitsamt, okay. Genau. Das ist ein Teilbereich des Volkerbundes. Da gibt es halt ein Arbeitsamt. Und er versucht halt dort für sozusagen Verständnis der Sache Deutschlands in der Reparationsfrage zu werben. Ich finde, das ist übrigens der Folgentitel. Hargraf Kessler beim Arbeitsamt, beim Internationalen Arbeitsamt. Gut. Genau. Und zwar, er trifft sich am 26. Februar, ich verkürze jetzt ganz, ganz viel, in Genf morgens um sechs mit Albert Thomas in seiner Privatwohnung. Telefonnummer 765. Nur drei Ziffern. Also wer möchte, kann unter 765 in Genf anrufen. Dann kommt ja nämlich bei Albert Thomas raus. Das ist der Direktor des Internationalen Arbeitsamt, das ist Genf. Ich finde den Titel großartig. Aber nicht die Nummer vertauften, bei 567 anrufen. Ja. Zitat. Ich legte ihm meinen Standpunkt dar, der auch das Standpunkt der Linksparteien in Deutschland sei. Ehrliche Anerkenntnis der Zahlungspflicht Deutschlands, da Deutschland eigenes wirtschaftliches Interesse habe am Wiederaufbau Frankreichs. Aber Verurteilung der Pariser Beschlüsse, weil sie die Frage, wie Frankreich sein Geld erhalten solle, ganz aus dem Auge ließ. Nach unserer Ansicht sei die Frage, nachdem wir unsere Zahlungspflicht anerkennen, in erster Linie eine wirtschaftliche, die von wirtschaftlichen Sachverständigen untersucht und gelöst werden müsse und nicht eine politische. Okay. Und ich meine, die Eule ist ja schlau. Ja. 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 Und schließlich eine Frage, bei der die Interessen der Werktätigen aller Länder unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen würde, deren Lösung daher ohne Hinzuziehung legitimierte Vertreter der Arbeiterschaft der ganzen Welt, der internationalen Arbeiterorganisation undenkbar sei. Deshalb sei er als Direktor des Internationalen Arbeitsamtes und als einer der Hauptfunktionäre des Völkerbundes legitimiert und verpflichtet einzugreifen, ehe es zu spät sei. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Geschickt. Also er bringt ihn jetzt dazu zu sagen, hör mal mein Lieber, du bist hier verantwortlich, zeig mal was. Und ja, was soll er in seiner Rolle als Wirtschaftsprüfer, sag ich mal, auch anderes sagen, als zu sagen, hm, ja, also diese Reparationszahlungen, die sind viel zu hoch. Ja, genau. Richtig. Das ist sehr, sehr schlau argumentiert. Okay. Genau. Die Reaktion war, er begann offenbar etwas verlegen, dass er einen großen Anteil meiner Ansichten teilt. Das passiert öfter bei den Tagebuchen, dass Personen ihm zustimmen. Jedoch, er sehe nicht, wie er eingreifen könne, denn der aktuelle Präsident in Frankreich würde stürzen, wenn er in London geringste Konstitutionen mache. Das ist wirklich das Zitat, Priand würde stürzen, das ist der aktuelle Außenminister in Frankreich, wenn er Zustände machen würde in London. Und deswegen will er dann dort ausgehen, voraus nicht, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz dein Argument, aber okay. Kommen wir nicht weiter, denn er arbeitet jetzt schon seit acht Tagen daran, er war eben in Paris und hat eben mit dem Außenminister gesprochen. Und das ist dann doch schon spannend, weil da treffen sich zwei in Genf, der eine hat eben mit dem französischen Außenminister gesprochen und der andere mit dem deutschen. Also schon eine gewisse Relevanz und eine gewisse Wichtigkeit dahinter, finde ich, dann hat die Eule doch ein bisschen recht mit dem, dass er sich selber gut findet. Ja, so sind ja genau die Dinge, der eine spricht mit, also der deutsche und der französische Außenminister sprechen nicht miteinander. Es ist halt einfach so, sie treffen jetzt erstmals wieder in London mal bei einer Konferenz aufeinander, aber normalerweise sprechen sie nicht miteinander. Und deswegen braucht es diese Mittelsmänner, Harry Graf Kessler oder den Obermufti vom Internationalen Arbeitsamt, die jeweils mit den Leuten sprechen und sich untereinander wieder austauschen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was du da rausgesucht hast. Er hat die Idee vorgefragt, also dieser Arbeitsamtdirektor hat gesagt, man müsste Sachverständige und Vertreter der Arbeiterschaft stellen und die Deutschen würden das sehr, sehr begrüßen und als großen Fortschritt für eine Lösung zustimmen. Weil man so die Hoffnung hat, dass man gleichzeitig Frankreichs Wiederaufbau und den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft sichern kann. Er sieht auch vollkommen ein, also der Thomas, dass die Arbeiterschaft da interessiert sei und handeln müsse. Er selbst wartet nur auf den Augenblick, um zu handeln. Vielleicht würde sich in London die Unlösbarkeit des Komplikts ergeben. Ja. Ja. Hat sich auch ergeben. Richtig. Und wichtig ist, was jetzt konkret da rauskommt, ist, dass Harry Graf Kessler ihn nochmal zusichert, die öffentliche Meinung in Deutschland zusammenzufassen, damit er sie weiterleiten kann, an entscheidende Stellen nochmal einen Bericht zu bekommen. Das ist das, was konkret hier rausgekommen ist. Zum Schluss nochmal, die vorletzte Sache ist, Harry Graf Kessler fasst nochmal das Thomasche Denken zusammen. Also dieser Direktor des Arbeitsamts, der sagt, Nummer eins, Gefühl der Machtlosigkeit. Nummer zwei, Furcht vor dem Sturz Brion, das ist der Außenminister in Frankreich. Nummer drei, Erkenntnis der unzuverlässigen Grundlagen der Pariser Beschlüsse. Nummer vier, Missbrauen gegen die öffentliche Meinung in Deutschland. Nummer fünf, dämmernde Einsicht in die Notwendigkeit für ihn persönlich und für die Arbeiterschaft einzugreifen. Nummer sechs, große Angst vor diesem Eingreifen. Umsehen nach einer Rückenstärkung. Nummer sieben, Angst auch vor Chaos, der vor Einmarsch zufolge hätte. Gut, Zitat, sagt Harry Graf Kessler, gut, dass ich gleichzeitig auch an Branding schreiben lasse, um vielleicht den Staat Schweden als Bundesmitglied des Völkerbundes probiert zu machen. Gut, dass er das macht. Hat er gut erkannt über sich. Ja, Zitat, was fehlt es heute auch bei den Gegnern? Nicht die Erkenntnis, sondern auch der Mut, die Bereitfähigkeit, ihre Stellung zu opfern. Genau wie unseren Staatsmännern von Wilhelm II. von Bethmann. Drei Viertel aller großen Katastrophen, der Großen und der Kleinen, entspricht aus Feigheit. Die Feigheit ist die so tiefste und die tragischste aller menschlichen Eigenschaften. Uiuiui, jetzt wird es aber ganz schön. Jetzt wirft er aber so um sich. Ja, jetzt wirft er wieder so um sich. Und die Einträge gehen auch nur bis zum 1. März. Also wir haben nur zwei Wochen abgedeckt von den acht Wochen, die wir berichten. Im Wesentlichen geht es darum, dass er alle Unterlagen, die er diesem Albert Thomas zugesichert hat, zusammenfasst, diktiert und ihm zuschickt. Und er auf das Beste hofft. Gut. Okay, ja, das hat ja dann leider nicht funktioniert. Nein, das war der Verbindungsversuch von der Harald Kessler beim Internationalen Arbeitsamt in Genf. Okay. Ja, aber schön, dass du das rausgesucht hast, weil das genau, ja, das ist mit der A spricht nicht mit B, aber beide sprechen irgendwie mit C und D und C und D sprechen miteinander. Also kann man darüber einen Informationsaustausch machen. Ja, das ist sicherlich etwas holprig. Ich finde es eine schöne Stelle, wie jetzt versucht wird, die Kommunikation am Laufen zu halten, weil daran hapert es ja offensichtlich. Ja. Okay. Gut. Ja, dann sind wir doch hier auch wieder am Ende der Folge. Ja. Haben wir das, würde ich sagen. Dann, ja, hören wir uns das letzte Mal am 15.05. Und das ist dann wieder die letzte Folge der Staffel. Und Luis, wie können wir da Zeit reisen bis zu dem Moment? Wir warten. Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren, und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aus Bandsprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info at verhundert.de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns, verhundert.de. Vielen Dank.